10. Rate Schicksals Fachbücher Man hat mich tausendfach verspottet, man hat mich hundertfach vergiftet, man hat mich dutzendfach eingesperrt, man hat mich zehnfach verleumdet, man hat mich fünffach in Ketten gelegt, man hat mich vierfach ermordet, man hat mich dreifach entmündigt, man hat mich zweifach vergewaltigt, man hat mich einfach gefoltert, nur gefoltert im Namen einer Medizin, die ihre Kinder hunderttausendfach vernichtet hat.